Hallo, hier ist der Martin von Manimankies, das ist die Dachs-Analyse für nun Mittwoch, den 9.6.2021 und unser Dachs ist ein kleines Päuschen gemacht. Das friedliche Teufel sah etwas zerpflückt aus zum Dienstag, da hat man eine andere Erwartungshaltung, da haben wir gemacht. Eigentlich genau das gleiche wie schon am Montag. Abwärtsgap reingekommen, hochgedrückt, Gap geschlossen, bisschen drüber, deutlicher zurückgezogen und seitwärts raus. Man muss sagen, dass im Gegensatz zum Montag hinten raus die Motivation deutlich geringer auszusehen hat, als das noch am Montag der Fall war. Weiß ich nicht, also es riecht ein bisschen wie als Kipp der Weg, aber das Signal fehlt noch. Also er muss schon uns hier noch, der muss hier drunter triggern, er muss die Tiefs noch wegnehmen. Es riecht etwas danach und er hat auch zweimal jetzt Chancen oben quasi vergeigt, ausgelassen. Es waren gute Chancen da gewesen, über 700 rauszusteigen, 37 zu zerreißen, weiterzumachen. Ja, was müssen wir auf jeden Fall hier oben machen? Wir müssen uns weiter an der steigenden Keillinie anpassen, die ist nun schon auf die 7,80 hochgerutscht. Das heißt, erst darüber wird es dann die Übertreibung einsetzen. Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger hier oben, den zu greifen halt, weil es sich auch leicht wieder runterdrehen kann, wie er das das letzte Mal gemacht hat. Also das ist oben, denke ich, relativ markant. Also alles, was so über 7,25 geht, alles, was über 7,30 geht, glaube ich. Also ich würde dann da erstmal vielleicht von Shorts ablassen, wenn man denn welche hat. Und damit rechnen, dass man bis 87 mir das dann ganz genau angucken, was macht hier und wenn der hier oben raussteigt, dann geht er in Trendbestellung. Da haben wir jetzt oft genug von gesprochen die ganzen letzten Tage, genug darauf hingewiesen, dass das typische Stellen sind, an denen viele oft sich richtig was im Depot kaputt machen, weil sie dann mit dem Kopf gegensteigen und sich gegen den Markt stellen und versuchen zu drehen, weil sie das nicht glauben und so weiter und so fort. Also da brauche ich, denke ich, nicht wieder darauf eingehen. Wichtig ist bloß zur Kenntnis zu nehmen, dass der Bereich halt immer weiter steigt, dass wir jetzt so ein kleines Vakuum bekommen, so mal von 27,37 bis zu 87 hoch. Das könnte man relativ leicht füllen. Also was Mittwoch eigentlich typisch im DAX gerne mal machen, wo man nur 40 sein muss, weil weder der Montag noch der Dienstag typisches Wochenprogramm bisher abbilden, wäre zum Mittwoch ein schwacher Start. recht früh schon, 9 Uhr bis, ach, so 9.15 vielleicht sogar, tagestief ausbilden, schön schnelles, spitzes Tief und dann bis zum Abend nach oben durcharbeiten. Das macht er gerne mal am Mittwoch. Ja, es kann auch andersrum kommen, aber so rum macht es am liebsten. Da sollte man auf jeden Fall aufpassen, wenn er früh nach unten nagelt, hier drunter macht, dann triggert er nämlich das an, die, 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 die weiteren Tiefs. Und wenn da, wenn er dann nicht liefert und ausgekontert wird, ich glaube, dann wird es sich wirklich auch, gegebenenfalls bis zur 7.80 eben hochschieben können. Ne, das sollte man vielleicht ein bisschen im Fokus haben. Ansonsten wäre natürlich ein reines Unterbieten. Erstmal ein Verkaufssignal, ne, wenn er da jetzt runterkippt, unter 6.35, unter die 6.10, unter die 6.100, das Verkaufssignal Richtung 5.50, 5.10, ich glaube aber eher so 5.50, ne, und dann könnte ich mir vorstellen, dass er in dem Bereich erst mal sogar schon wieder versucht, eine Stabilisierung zu erwirken, versucht ein bisschen hochzudrehen, ähm, sprich, sollte hier eine grüne Kerze reinkommen, schöne Stundenkerze oder sowas, könnte man auch nochmal versuchen, bis in die 6.35 oder, 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 oder gar noch mehr dann eben oben reinzutreten, weil den Spielraum hätte er, den Spielraum hätte er sogar in seinem Keil hier so einen Bogen zu schlagen, da würde ich genau aufpassen. Sollte er aber, ähm, sich sehr schwach zeigen, hier unten bloß flach zur Seite, tot liegen bleiben, dann wird er weiter runter durchgegeben, ne, dann geht er auf die 5.10, dann geht er 5.10, auf 4.65, 5.64, auf die 20 runter, dann steht er hier unten in dem Bereich, aber, ähm, das ist noch ein bisschen zu früh, weil dafür brauchen wir ganz klar hier auch einen, einen, einen Unterbieten von, äh, 600. Ich würde deswegen vielleicht mal hier einfach jetzt so einen kleinen Trigger reinsetzen, ich fahre es natürlich, wo, setz mal da das Ziel an, weil eigentlich, warum muss ich da für ein Pfeil zeichnen, das ist mir echt, das ist mir fast zu kleinteilig, so, soll man echt schon auf einen Stunden, Stundenchart runtergehen oder so, das ist dann hier fast in zwei Stunden ein bisschen zu, zu kleinteilig. Das wären dann so von oben kommen, schöne, schöne Ziele, ähm, um zu reagieren auch, ne, also gerade der Bereich hier, ich glaube, der wird dann schon nochmal ganz gut, hier ist auch noch ein offenes Gap, ne, um die 4,30, das, das wäre dann, glaube ich, so im Extrem, wenn er es wirklich doll schwach zeigt und, und hier richtig rausbricht und auch 5,50 nichts bringt, ne. Ansonsten bleibt er hier, drückt sich oben, ne, nimmt das hier schon ein kleines Long-Signal, ne, 27, 37 ist Long-Signal, ähm, Richtung Richtung, Richtung 7,80 erstmal und auch alles, was darüber geht, dann, das ist dann wirklich Übertreibungspotenzial, ne, kann dann, kann dann schon, schon ganzes Stück ziehen. Die 800 sollte man nicht ganz außer Acht lassen. Die 800 nicht ganz außer Acht lassen. So 800, da mag man diesen immer im DAX gerne gesehen. Man reagiert immer mal. Das ist so 87 bis 800. Das darf man als eine Zone anziehen. Und alles, was drüber geht, ja. 49 dann halt. Das ist ja immer noch das Ziel aus dem Ausbruch, den der DAX hier gemacht hat. Okay, damit kann ich hier gar nicht viel mehr mitgeben. Auf der Ebene haben wir über die Eckpunkte gesprochen. Wir sehen auf Tages-Ebene noch grüne Kerzen. Wir sehen, dass die Bollinger-Bänder noch steigen. Sie geben ihm Platz. Lassen ihn hier durchaus auch über 800 und mehr ansteigen. Sehen allerdings nicht viel Momentum. Auf neuen Allzeithochs tun sich die Käufer momentan auch sehr schwer. Allerdings sieht man auch nicht viel von Verkäufern. Die Signale fehlen noch. Die roten Tageskerzen fehlen noch. Das harte Stoß nach unten fehlt noch. Um hier Verkaufssignale rauszulesen, sind noch nicht da. In diesem Sinne im Zweifel auf der Basis eher noch mal von weiter aufwärts ausgehen. Das ist einfach so. Das ist dafür keine Schwäche, die man hier sieht. Auch wenn er oben raus ein bisschen langsamer wird. Aber Schwäche ist das erst, wenn er auch verkauft wird. Einfach nur stehen bleibt und wartet, bis dann eine fette, lange, grüne Kerze kommt. Das ist keine Schwäche. Das ist geduldig, Stabilität. Das ist ruhig. Schwäche ist es erst, wenn er anfängt, nach unten rot, hart auszutreiben. Das bahnt sich ein bisschen auf kleinerer Ebene an, aber er muss halt auch noch drunter. Der sah ja im Tagesverlauf hier mal kurzzeitig, als er hier bei 6,50 stand. Das sah schon mal mehr danach aus, als wenn er wegkippt. Das hat er sich wieder ein bisschen zurückrevitiert, ein bisschen neutralisiert. Dann haben wir es auch schnell wieder hier unten und dann wird es leicht rutschig. Aber es stand jetzt erst mal noch eine Unterstützung, 6,30. Geht aber drunter, 6,35, um genau zu sein. Geht aber dann auch drunter, glaube ich, 6,55. Das ist dann schon erreichbar. Gut, Freunde. Damit würde ich das Video dann hier auch, wenn vielleicht auch etwas kürzer, aber schon beenden. Ja, wir haben einfach über die Bereiche oft genug gesprochen. Hier wird mir einfach wichtig, ein bisschen darauf zu achten, dadurch, dass wir Montag, Dienstag so, ich sag mal, eher außerplanmäßig und auch oben verweigert haben. Das kann man ja schon sagen. Sollte man genau hingucken, wenn jetzt tiefere Tiefs reinkommen, wie reagiert der Markt dann? Kauft ihr die nach oben, drückt ihr die nach unten? Und dann kann man schon viel rauslesen und deuten. Einfach. Wie ist der Markt so drauf? Will er verkaufen? Wartet er nur auf das Go? Oder ist es eher so, dass man auf die Shorts wartet, die reinkommen und die nach oben versucht, wegzudrücken? Das seht ihr. Das seht ihr direkt, wenn die Kerzen hier reinkommen, sobald ein neues Tief ist. Man muss dann bloß auch wirklich da setzen und das dann auch handeln, was man sieht. Und auch wirklich dann ehrlich zu sich selber sein. Was sehe ich? Nicht, was möchte ich haben gerne vom Markt, sondern was sehe ich? Und dann richtet man sich danach und geht halt mit. Okay. Damit lassen wir das. Das sind die zwei Bereiche. Wie gesagt, die 7,25, die 7,30 da oben ruhig mit ein bisschen im Fokus behalten. Das kann durchaus so eine 7,80 antriggern. Das sind ja ein paar Punkte bis da hoch auch. Und dann könnte man sich hier, keine Ahnung, auch auf Einstand oder so sich das erstmal angucken. Kommen wir dann doch zurück. Dann ist das halt so. Teilverkauf hier oben ziehen. Aber dann hätte man vielleicht auch schon eine gute Positionierung auf eine 49, falls er eben doch durchrennt. Gut. Ich mache jetzt hier zu. Ich wünsche euch Spaß. Viel Erfolg. Gutes Klingen. Und dann hören wir uns morgen nochmal. Bis dahin. Tschö.